türkische haupt macht natürlich türkige türkige oh du bist du denn er gibt mir ja warte jetzt auch die 2 für den betrinde ist besser Ballgewinn gefährlicher Position das war nicht klar hereingabe jetzt oh der geht ja easy schnell von 0 auf 100 gehen also die beweglichkeit ist aber weißt du was das geil ist was jetzt haut mal einen gefährlicher vor 3 3 83 PS Speed für den Ball haben die Fotografie mit einem müssen Speed das ist so krass man guck mal die lacken sich durch bei uns ist das so Ach bitte ich zieh sogar ab dass der eigentlich mit dem Ausfluss das ist ein schönes ja was macht der ist ja immer wieder du kriegst du ach ich drück doppel ja den krieg der ist doch nochmal ja genau nein verpiss dich ach oh da ist der ball erstmal raus oh der war gut da wäre Platz für einen kotter nein nein und dann kommt der mit viel auge holten sich da die ball klasse und dann kommt so ein rot schutz der schatten wie da ist der und dann steht nein Nein! Oh, nein! Oh, nix gesagt. Ja, ja, der ist drin. Wichtig. Wieso ist das Spiel so gegen uns? Wieso ist das Spiel die ganze Zeit so gegen uns? Ja, wäre auch lächerlich, wenn wir jetzt noch ein Gegentor kassiert hätten. Ich muss sagen, irgendwie hat sich aber auch das im anderen FIFA, ein 81er, hat sich irgendwie auch viel besser angefühlt wie hier ein 81er. Oh, Bruder! Oh, ich mach hoch, Mann. Oh, sie hat ein schönes Ding. Keine Ahnung. Oh, das mach ich nicht! Ich hab mich auseinandernehmen lassen. Das ist so krass. Das ist so krass. Perfekt. 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 Und jetzt ja. Ja, der geht. Juge. Fleisch. Scheiße. Geil, Mann. Fleischhammer. Oh, Fleischhammer. Oh, Fleischhammer im Vorlage. Nein. Boah! Ey! Schade! Boah! Nein! Boah! Ich will voll vollmöseermachen. Alles muss mit vollmösegeklärt werden. Ja, zieh ab! Ach. Ich will vollmöseher. Ja. Ich will vollmöseher machen. Alles muss mit vollmöseher geklärt werden. Fleischhammer! Fleischhammer! Oh, Fleischhammer! Geh runter, geh runter! Nein! Egal, ein 5-1! Wichtig und richtig! Oh! Oh, Rainer! Äh, Rainer sei schon! Wittelfried hat hier! Oh! Ruhig! Schön! Ja, ich dachte, ich könnte abziehen! Dass du halt auch im zweiten Moment nix machen kannst! Boah! Da, das war auch schon wieder so ein geistenskranker Schuss eigentlich gewesen! Oh! 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 Ich wollte direkt einschneiden! Ich spür ja, die Zeit schon wieder zum! Dann gib ich diesen! Mach ich einfach diesen! Das ist die letzte Chance für das, nee! Der Profi, Digger, der Profi.